Jo, hallo Leute, willkommen zum 68. Part von Let's Play The Litten of Zelda My Trust Mask. Jetzt mal hier stehen geblieben bei den... Bei der Bank, mit den Chillers hier. Und ich wollte im letzten Part die Fackel anmachen. Was geklappt hat, muss schnell die anmachen. Wenn nicht... Nein, kommt schon. Komm jetzt aber. Tastatur! Jetzt sieht sie aus. Na super. Na, super. Yes. Und was passiert? Oh. Oh, du hast Glück. Ich habe gehört, dass sei bei dem Turm ein neuer Songspieler. Und komm schon. Moment, mein Mutter ruft mich. Ja. So, da bin ich wieder. Oh. Komm schon. Ich frage mich, ob das was gebracht hat. Ich glaube, ich musste als Mikau hin. Mikau, du bist wieder hier. Das ist gut. Ich war sehr überrascht. Ich war sehr überrascht, als meine Stimme diese einsame, insulinarische Kürtik vergangenen getat. Doch das Lied, das du für mich gespielt hast, auch meine Mutter hat es vor langer Zeit für mich gesungen. Ich legte diese Eier, weil sie mich daran erinnern sollten. Dieses Lied schamte aus meiner Kindheit, daher hatte ich es schon vergessen. Ich habe dir Schreckliches angetan, Mikau. Aber jetzt wird alles wieder gut. Bald findet das Konzert statt. Lass uns mit den Proben beginnen. Ja, Musik. Eins. Zwo. Drei. Boah, die Gitarren Snacks. Ja, guck mal, wie cool hier ist. Ha. Ich glaube, singen zu dürfen ist ein Geschenk der Götter. Hey Mikau, der Song, den Eva geschrieben hat, klingt genauso wie der, den wir in der damals gespielt haben. Na, müssen wir noch was sagen? Ey, Trainer. Da. Er wollte reden. Er wollte reden! Ich bin froh, dass ich diesen neuen Song noch vor dem Konzert fertiggestellt hatte. Du warst großartig, Mikau, und das ist alles ohne Proben. Du bist wirklich ein musikalisches Genie. Ja, links musikalisch. Äh, okay. Jetzt sind wir endlich wieder alle zusammen. Ich kann unser Konzert kaum erwarten. Tja. Tja. ich glaube aber was soll ich jetzt machen ich gehe meinen raum ausmachen was ist hier drin jetzt nichts besonderes dann gehen wir mal weiter was ist los auch nicht die türen so jetzt hier aufmachen nicht gegen hier schon etwas mehr naja nicht okay wo was ist denn da oben Ui, tadam. Hm, kommt man da hoch? Hm, naja. Warum ist hier keine Musik und jetzt auf einmal wieder Musik? Waren wohl zu faul, die Nintendo-Entwickler da. Da um Musik reinzubahnen. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Ich hab keine Ahnung. Wow, das war cool. Boah, Star. Da oben ist ein Stern. Das heißt, hier ist so ein Epic. Wow! Na, kommst du? Verdammt. Kann ich das nicht irgendwie zu mir holen oder so? Komm bitte. Verdammt, warum geht das nicht? Wow. Da brauch ich erst mal diese komische Karte da. Oder was das auch ist. Mit Mondtrain-Dingens da. Lulus Tagebuch. Oh! Es ist zwei Tage her, dass ich meine Stimme fühle. Ich wollte nicht, dass Mika davon erklärt, also habe ich Eva davon berichtet. Er empfangen mir die Eier zum Fortschrinder zu bringen, um sie unter Nutzen. Ich glaube, ich werde. Heute ist das Schreckliches geschehen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich wurde mitten in der Nacht durch ein Geräusch geweckt, als ich meine Augen öffnete. War da noch jemand im Zimmer? Ich habe mich gewehrt. Dennoch wurden die Eier gestohlen. Ich glaube, danach bin ich nur noch gefallen. Heute habe ich Mika alles berichtet, der Person, von der ich nicht wollte, dass sie darüber etwas erfährt. Zuerst war es mir so peinlich, und ich war auch viel zu traurig, um etwas zu unternehmen. Und was Mika zu mir sagte, ließ mich endgültig alle Hoffnung verlieren. Dennoch, Mika, ich flehe dich an. Tu nichts vor allem. Zu spät. Naja, Wayne. Buckbeak. Und was geht hier so ab? Choral. Immer schön Choral bleiben. Was geht denn hier? Warum kann ich da nicht lang? Und ich warte mal an. Ah, nix! Loll. Naja. Warte. Der dritte Tag. Verdammt. Ich glaube, ich gehe mal wieder hoch und mach mal nochmal die Flaggen an. Die Fackeln. Nicht Flaggen, Fackeln. Waaah! Und was geht hier so? Chiny da oben immer noch wieder hoch. Und was sagt ihr so? Mika, das ist uncool. Komm nicht zu spät zum Probe, aber die Vorschau war ziemlich heiß. Oh, heiß. Mika, der neue Sound ist gut an. Ich mag ihn wirklich sehr. Inter Mann an. izon, là- stimme. Dernell, Da-er-er-er-er-er-er. Der, der-er-er-er. Nein, komm schon! Yes, und was passiert jetzt? Hm, ich geh mal als Link dahin. Vielleicht passiert da irgendwas. Wenn ich da mit Link dahin spreche, dann weiß er was. Freut mich, dich kennst, weil ich bin Lulu. Bitte komm noch zu meinem Konzert in die Stadt. Also, ich glaube, wir müssen woanders hin. Hier sind wir auf jeden Fall falsch. Also raus hier. Geh, 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 Lebi. 24 Stunden. Oh, yeah! Hm, wo ist denn die Stadt? Oh nein, nicht die. Hm, wo lang muss ich denn jetzt? Magis sterben? Ich denke, ich muss starlen. Deck da! Oh yeah! Ich bin so gut. Das soll eine Kiste sein. Warte! Warte! Hoch mit dir! Stirb! Oh ey! Lex! Lex sind doof. Wow! Stirb! Hm, ich frage mich. What the fuck der Mond? Ich frage mich, was da ist. Da, wo dieser Stein dahinten ist. Naja, egal. Ich wette, da ist sowieso nur das für die Fänen da. Und da ich die Fänen nicht alle komplett hab, kann ich mir die auch nicht wollen. Weil, von daher, oh no. Oi! What the? Da stehen wir nicht mehr. No! Hey, Ladies! Hey, Nico, willst du mich gerne mal wieder eine spezielle Ausbildung? Gitarre! Stirb! Was ist los? Du hast wohl ein bisschen zu viel Zeit mit der Gitarre verbracht. Früher hast du es immer geschafft, alle Küge beim ersten Grad zu zerbrechen. Und das. Ich muss für die Woche Küge zählen. Natürlich, man kann nicht gut sein. What the hell? Ting! Okay, das will ich jetzt schaffen. Verdammt! Ey, wie geizig! Ey, nö, nö. Aber das will ich jetzt schaffen. Ich bin neugierig. Was soll jetzt kommen? Nö! 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 Kommt zu knicken. No! Weg da! Ich hab keinen Bock auf euch. Das nicht! Ich mag das nicht! Ich will das nicht! Lass das! Das fühlt sich komisch an! Da unten! Nö! 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 Was ist das hier! Das ist ja gar nichts! Unnötiger Raum! Ui! Fakt mich für die Stadt! Fakt mich für die Stadt! Moment! Ähm! Vielleicht! Äh! Unruh-Stadt vielleicht, wurde gemeint. Ich weiß es nicht, Leute. Ich spiele das Spiel blind. Ihr wisst es bestimmt, aber ich bin dumm. Ja, ich spiele das blind. Sie müssen verstehen. Hm. Wow. Ne. War auch blind. Ah, meine Zeit ist vorbei, Leute. Naja, ich würde mal sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Also dann, tschau tschau tschau.